Super Aktion, das ist die Balleroberung, unwiderstehlich. Da geht er vorbei, schönes Zuspiel. Und da haben wir es, das Tor! Der Treffer hier aus kurzer Distanz, das ist dann am Ende kein Problem für ihn. Aus dieser Entfernung musst du einfach ein Tor erzielen. Stimmt aber, wir haben ja schon alles erlebt, dass Spieler selbst aus solcher Distanz das Tor noch verfehlt haben. Danny Welbeck. Nun Lallana, geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Ja, könnte was werden. Was für eine Parade, mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball, macht sich ganz lang. Riesenaktion. Und man sieht wieder einmal, er ist ein hechtender Klassik-Keeper. Juan Mata. Gute Aktion. Ha, das sieht gut aus. Da ist die Flanke. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Da kann er klären, gut aufgepasst. Schönes Ecklegen und der Ball erobert. Wellbeck. Danny Welbeck. Und jetzt der Schuss. Da haben sie Glück, der Ball geht knapp am Tor vorbei. Anderson, pass auf den Flügel. Das macht er gut. Geht er rein. Das ist der Treffer. Erster Einsatz, erstes Tor. Er zeigt, er kann der Mannschaft helfen. Da war richtig was dahinter. Klasse Treffer, da kann der Keeper nicht rankommen. Und Lallana. Ja, wird hier gut unterstützt. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Sie haben Platz. Oh, viel Platz jetzt. Schussversuch. Der Ball ist drin. Vom Pfosten geht der Ball ins Tor. Und hier sieht man nochmal genau, wie der Ball noch vom Pfosten abgelenkt wird. Der passt aber auch wirklich ganz genau. Ein paar Zentimeter weiter und er springt wohl wieder raus. Jahrhundertчик, Knallschild. Was ist jetzt ein bisschenŞ welche Mannschaft auf infect? dann war weg keine gefahr hier da hat er den ball nicht richtig getroffen da ärgern sie sich ballverlust das könnte was werden klasse pass er ist frei da kommt der steilpass die große gelegenheit aber der torwart ist da gut aufgepasst vom keeper eine tolle parade händersen mit der ecke gefahr erstmal bereinigt nach dieser reingabe da kommt der schuss der abwehrspieler wird sich in den schuss in den freien raum ja jetzt müssen sie aufpassen franke kommt weit gehalten aber der ball weiter im spiel sie machen das heute natürlich hervorragend holen sich ihre chancen raus und machen die dann auch das ist ja entscheidend offensiv klasse leistung jetzt vielleicht das ist noch gefährlich das ist natürlich bitter für den torhüter den ersten abgewehrt aber dann klingelt es trotzdem ja beim keeper hat es hier nicht gelegen seine abwehrspieler haben ihn einfach im stich gelassen drei minuten nachspielzeit wird es hier geben jetzt haben sie den ball danny welbeck danny rose also bisher spielt hier nur ein team aber noch sind ja 45 minuten zu spielen noch 45 minuten zu gehen und bisher war das spiel doch sehr sehr eindeutig der ballverlust keine gute aktion jordan händersen gefährlich blockt den schuss erst mal ab da haben sie jetzt den ball klasse aufgepasst er kommt an den ball klasse mata gute aktion vom keeper hechtet da zum ball sehr aktiv sehr aufmerksam sehr beweglich absoluter rückhalt so wie hier zu sehen um mit dem fall rückzieher will er den treffer waren akrobatisch aber sind wir ehrlich richtig gefährlich weiß nicht klasse aufgepasst er hat den ball ganz stark gemacht das gibt eine gute gelegenheit riesenparade verhindert hier das gegentor was für ein reflex es bleibt weiter bei diesem spielstand aber das war natürlich nur hundertprozentige nun lalala sieht gefährlich aus und jetzt die chance was für eine aktion so gerade eben noch verhindern sie das tor was für eine rettungsdat jayden sancho er fasst sich ein herz und versucht aber das war zu weit weg wieder im tor aus wie der eckball ecke händersen und irgendwie hält er ihn händersen mit ecke da liegt ein spieler am boden wenn ich es richtig gesehen habe ist es irgendwas muskuläres martha am ball ja könnte was werden er ist noch heiß abgefiffen das war abseits jetzt wird er hier erlöst buschi er darf runter leider keine so gute leistung heute folgerichtig die auswechslung er probiert einfach mal gute parade ganz wichtig dass sie da zur stelle sind klasse diese parade ja wie hat er den denn noch gehalten das war ja unglaublich das war doch noch denn die welt ja da geht sie sofort auf holen sich den ball nein wer soll diesen pass kriegen weg ist aber jordan händersen auf dem flügel ist jetzt platz flanke soll zu wenig zu junior keine echte gefahr bei diesem kopfball ich weiß nicht da muss er schon mehr raus machen das ist doch harmlos da passt er auf ball geklärt ja klasse ball erstmal weg super gemacht gute verteidigung wichtiger befreiungsschlag matter matter jetzt das tor das heißt also sie erzielen hier gleich zwei tore auf einmal ist schon spannend dieser produc du weißt nie womit du rechnen musst ein wahnsinn schuss aus dieser entfernung keine chance für den torhüter was für ein traumtor da haben sie ihm viel zu viel platz gelassen und dabei ist er doch für seine tore aus der distanz bekannt da hat er genau maß genommen und voll abgezogen keine chance für den torhüter und jetzt sind hier noch 20 minuten zu spielen und jetzt wird's gefährlich Der muss da drin sein. Der Ball ist drin und das sind also drei Tore auf einmal. Haben sie natürlich klasse gemacht. Sie wussten, jetzt muss der Treffer her. Er macht das nächste Tor. Das ist schon klasse. Heute einfach unaufhaltsam. Nächster Treffer. Der macht hier, was er will. Einen besseren Tag kannst du nicht erwischen. Ja, der nächste tolle Pass. Erneut so ein hervorragender Pass. Das ist Danny Welbeck. Sie suchen die Lücke. Und direkt zurückgespielt. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Zu lang. Kein Problem für den Torhüter. Henderson. Super Einsatz vom Torhüter. So, wir machen uns auf dreifach Treffer gefasst. Was für ein Spiel. Schöner Schuss aus der zweiten Reihe. Aber der Torwart ist zur Stelle und pariert diesen Ball. Der Ball war lange unterwegs. Gut pariert. Guter Einsatz. Ball ist erst mal wieder weg. Klasse Pass. Matta. Ganz stark ab. Das sah gut aus. Klasse dieser Volley. Tolle Schusstechnik. Am Ende knapp. Acht Minuten jetzt noch. Lallana am Ball. Well caught. Ja, mit viel Übersicht. Tor. Und das zählt gleich dreifach. Richtig. Wir sehen es ja. Es ist ein unheimlich wichtiger Treffer zum richtigen Zeitpunkt. Tolles Tor per Volley. Das war natürlich alles andere als einfach. Tolle Aktion. Marta am Ball. Oh, viel Platz jetzt. Flanke Jadon Sancho. Kein guter Volley. Ja, hätte hier gerne. Das Tor gemacht sah auch zunächst gut aus. Aber dann fehlt einiges. Jetzt könnte es hier zu dreifach Toren kommen in diesem Modus. Da ist Platz. Ah, ich glaube aus der Distanz wird das dann doch eher nichts. Ball ist jetzt erst mal raus. Gute Parade. Der Ball erst mal raus. Gut gemacht. Tolle Parade. Und da dürften sie sich bei ihm bedanken. Das wäre um ein Haar der Treffer gewesen. Gute Chance. Herr Helti, wie ist es denn zu fassen? Wir bereiten uns auf dreifach Tore vor. Denn die gelten ab jetzt. Herr Anderson mit der Ecke. Aus dem Angriff können sie nichts machen. Es gibt drei Minuten obendrauf. Wurde gerade angezeigt. Er hat die Technik, um so einen auszupacken. Den Fernschuss nimmt er sich. War aber wohl doch zu groß, die Entfernung. Ärgerlich. Es gibt abseits. Das war eine gute Möglichkeit. Das war knapp. Aber ich glaube, er lag damit richtig. Victor Sanchez. Tolles Zuspiel. Das könnte vielleicht was werden. Hereingabe jetzt. Klatsch. Da prallt er vom Pfosten zurück ins Spiel. Aus und vorbei. Der Schießrichter hat abgefiffen. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Eine unglaubliche Leistung. Ein Tor schöner als das andere. Der hat das Ding ja quasi... Da geht er vorbei mit dem Trägen. Okay. Da geht Es.